Offenbar vor dem Aus steht der Hoyerswerder Jugendstadtrat. Von den 15 Mitgliedern waren am Montag gerade einmal drei zur angesetzten Sitzung erschienen. Damit war das Gremium wieder einmal nicht beschlussfähig. Am 25. März soll ein internes Gespräch mit Oberbürgermeister Skora stattfinden. Darin soll allgemein über die Probleme sowie zukünftigen Pläne diskutiert werden.